Willkommen zu einem neuen Video mit Ulrike Betmann. Ohne Tim. Ja, mit Ohne Tim. Und mit Jan als Background. Ja. Genau. Perfekt. Also, wir machen eine neue Serie. Wir werden nach und nach alle Spielmodis auf Gomme, die man gewinnen kann. Spielmodi, danke schön. Dafür schlage ich dich schon einmal, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Also, erstmal will ich immer noch sehen, wie du mich schlägst. Zweitens. HALT DIE FRENZE! Ich habe leider mein Soundboard nicht mehr. Das hat sich irgendwann mal von selbst dienstert. Ah ja. Danke, Jan für den hilfreichen Kommentar. Das Ganze habe ich ganz vielleicht bei Brian gesehen. Also, ihr könnt ihn mal auf Twitter anschreiben und sagen, danke für diesen Ideevorschlag. Ich werde euch dazu einen vorformulierten Tweet in die Beschreibung packen. Und wahrscheinlich macht es niemand außer Lin mal wieder. Im Zweifel macht es auch nicht mal Lin. Lin macht das schon. Ansonsten schreibe ich sie auf WhatsApp. Ich glaube nicht, dass sie es nicht macht, weil sie das Video nicht sieht. Sondern ich glaube, dass wenn sie es nicht macht, dass sie es nicht macht, weil es ihr zu blöd wird. Also, wir werden hier jetzt versuchen, nach und nach alles, was man auf Gommel gewinnen kann, zu gewinnen. Ryan hat das in einem Video gemacht, aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe das Gefühl, die Typen gehen mir auf den Sack. In der Tat. Alter, der Grüne cheatet sowas von hart rein. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf den Typen. Ja, das ist doch mal eine Challenge für die erste Folge. Ich habe halt nicht die Zeit, das in einem Video zu machen, weil Tim und ich nicht so krank abgehen in jedem Spielmodus wie Brian. Wieso kann ich dich nicht bahnen? Kann ich dich nicht bahnen? Wollen wir mal drüber reden, dass die Blauen alle beide retarded sind? Ich habe mich zu bahnen, sonst bleibe ich nicht für mein Team. Ich habe das blaue Bett. Wow. Ja, gut, ich habe zwei Herzen. Ich glaube, ich werde die Blauen nicht bekommen. Vielleicht ein... Nee, schade, ob ich mal ganz kurz... Wenn ihr sehen wollt, wie ich mich mit ein paar Affen auf... Wie ein paar Rechtsextremisten auf Twitter biefe, dann solltet ihr mir einfach auf meinem Twitter... Ich habe dann übrigens mal die Joint Permission weggenommen. IRRE! Danke. Bitte. So, jetzt soll ich mir endlich mal grünen. Den dummen... Sohn einer netten Mutter. Er lieft einfach... Weißt du was? Er schwitzt rein wie der letzte... Sohn einer netten Mutter. Er cheatet wahrscheinlich noch. Und dann, wenn er eingebaut ist und keine Chance mehr hat, lieft er einfach. Das sind so die Spasschen, die sich einfach vergraben gehen sollten. Nein, die Typen, mit denen ich eben auf Twitter diskutiert habe, sind die Spasschen, die sich vergraben gehen sollten. Ja, die auch, aber der Dude auch. Der Rotor bei uns vor der Base. Rotor mit einem 700.000er Ping, der nicht fliegen will bei uns vor der Base. Ich mach Eisway. Nick. Danke schön. Sohn einer netten Mutter. Sohn einer netten Mutter. Sohn einer netten Mutter. Und dann sieht's komplett aus. Die sich... Jo, die lassen jetzt den Typen mit allen No Knock erstmal mich pushen? Oder wie? Ich krieg vielleicht den Bow? Nein. Nein 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 nein. Komm Tim Tim Tim. Aim Bot. Aim Bot muss jetzt ziehen. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Alter, als ob ihr mich getroffen hat. Das FML. Oh mein Gott. War er das? Sehr schön. War er das? War er das? Ah, ich bin tot. Fuck. Ich habe vielleicht drei Spitzhacken gekauft, aber das ist Sicherheitsmaßnahme. Junge, Alter, safe. Ich habe Vollrüstung und er killt mich trotzdem. Der Hurensohn hat immer noch einen Bogen. Never hat er so viel ausgehalten. Nie im Leben. Fuck, ich habe keinen Dings. Ja, Junge, der Typ ist Silver One. Junge, können wir mal darüber reden, dass es Bots sind. Äh, brauchst du Support? Weil ich würde mich eigentlich um die Blauen... Ja, ja. Vor allem, weil ich wieder lagge. Der erste Lift, okay, passt. Ähm. Ja, beide. Alter, dumme Hurensohn. Let's go. Die waren noch nicht in der Mitte, das heißt, wir müssen die haben. Aber ganz kurz, irgendwas machen die. Was machen die? Das ist jetzt meine Frage an der Stelle, was sie machen und alternativ, was sie halt auch machen, aber was machen die? Ähm, ja Leute, lasst doch mal ein Like da und einen logischen Daumen nach oben und kauft mal ein Lostcape und Use Code Brian und... Habt ihr schon ein Like und ein Abo da gelassen? Logisch, was? Äh, chill mal ganz kurz. Nö, baue mich hier hoch und spam die jetzt weg. Habe ich dir erzählt, was mir im Chrysler Building passiert ist? Ja. Gut, dann, ich werde darüber eh irgendwann ein Video machen, dann müsstest du es da schauen. Das ist echt lustig und das sind echt Missgeburten und Autisten und Autistgeburten und Missa... und Mististen. Das, liebe Fische, was an der Stelle kommt. Aber lass dir ein bisschen Zeit noch. ETC da, schaut auf meinem Twitch vorbei für Streams, schaut auf meinem Twitter vorbei für Beef mit Rechtsextremisten Vollidioten. Auf meinem Twitter vorbei für zu viele Tweets. Und für 30 Likes sperren? Incoming? Road to 30 Likes sperren? Ne, ich bin erst bei 19. Ja, aber trotzdem wirst du ja Road to 30 Likes sperren. Ne, erst mal Road to 20, wir wollen uns ja nicht übertreiben. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Komi, Abo ETC da. Bis dahin, ciao. Eine Minute, 37 Sekunden später. Du darfst auch noch Tschüss sagen, wenn du Lust drauf hast. Heil Hitler.